Wir sind hier auf dem Kögelhof in Süddeutschland in der Nähe vom Bodensee. Wir sind eine Landwirtschaft mit Biogasanlage und produzieren mit dieser Biogasanlage Strom und Wärme. Wir haben hier einen ganz großen Gasspeicher und wir haben hier sozusagen zwei Sensoren, den Gasspeicherstand und den Druck von der Außenhülle. Die muss einfach spannend gegen Wetter und gegen Schnee und gegen Sturm. Das Rohbiogas aus den Behältern ist warm und hat viel Wasser dabei und hat viel Schwefel dabei und das ist alles ganz schlecht für die Motoren und das muss einfach aufbereitet, gereinigt und entwässert werden. Hier haben wir so eine Anlage, wo das macht. Der Hersteller gibt an mich bestimmte Vorgabe, dass ich das Biogas mindestens auf sieben Grad runterkühlen muss und dann wieder anwärmen, damit die Anlage richtig funktioniert. Der liefert das aus, aber ohne Sensoren. Darum war das jetzt richtig klasse mit den IFN-Sensoren, die wir da installiert haben. Jetzt weiß ich genau, das Gas kommt mit der Temperatur, wird runtergekühlt, die Anlage funktioniert und wenn da Abweichungen da sind, dann kommen Alarme und ich weiß, wo der Fehler liegt. Wir haben früher immer Kabel mitlegt vom Sensor und heute hast du deinen Master, hast du deinen Sensor mit IO-Link, stöpfelst du ihn ein, hast du ihn auf dem Moneo Pop da. Die Biogasanlage wurde aufgerüstet und modernisiert und in diesem Zug haben wir Moneo installiert. Moneo bietet der Firma Müller den Vorteil, die Analysen zu sehen, Alarme zu generieren, Alarme auch weiter zu transportieren, sodass genau gesehen wird, an welchen Stellen welche Sensoren angesprochen haben. Die Biogasanlage wird ja immer komplexer, Daten über Daten und Sensoren und ich muss schnell einen Blick haben über alles und dank Moneo habe ich die ganzen Sensoren drauf. Wunderbar schöne Grafiken, wenn ich irgendwo Abweichungen sehe, dann kann ich das zoomen und ganz schnell den Fehler finden. Das ist ein riesen Mehrwert für mich, weil ich einfach viel mehr überwachen muss und wir produzieren Strom an der Strombörse, da muss ich die Leistung hochfahren, runterfahren, ich muss wissen, wo steht meine Anlage, wo sind die Werte und das klappt einfach super mit IFM und Moneo.